Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu RimWorld Wir machen weiter, Pugel ist ganz auch aufgeregt Wollt sich schon, dass wir weiter RimWorld spielen Auch wenn wir natürlich jetzt aus den schweren Kämpfen gerade wieder kommen, gell Wibülchen Ja Es ist bei dir falsch Ach, wir haben ein übersehnliches Bum Ah Juhu Und wir wollten dir neue Einchen machen Da sind wir schon dran Ok Wusste ich nicht Hab ich vergessen Ich weiß nicht, das Brom hat aufgehört Gell Wügelchen, ja Hin und her wird da geflogen Ja, ganz kurz Ja Was machen wir ja Wir wollen wahrscheinlich hier die Verteidigung etwas verbessern Wollen wir letztes Mal Eigentlich Nicht schlecht gehalten hat Kann hier schlecht reinbauen Wenn wir Wenn wir Hier so eine Wand machen Wo das reingebaut wird Ah Eins falsch, natürlich Ja Das ist ja neu Der Standard bei Killboxen Ja Der Rest wird hier gebaut Das ist auch nett Da haben wir erst eins gemacht Gell Ja Hier können wir wieder eins machen Aber wir warten erst mal Bis Die sich Äh Wieder besser fühlen Und Äh Hat irgendwer von euch Äh Blutvergiftung Um die ich mich kümmern muss Nicht Nicht dass ich sehe Gut Hier wird der Boden gemacht Hier wollen wir Böden Böden Platte aus Bio Freddy Wollen wir glaube ich legen Noch nicht hier wieder was rausbekommen Ich wusste nicht dass die Minus geben Hätte ich mir nicht mehr ansehen müssen Da brauchen wir eigentlich nicht so viel Bio Freddy allgemein Dann ist es ja okay Weißt du ich dir jetzt noch einmal? Äh Maman Ja Da muss ja wieder das gemacht werden Versuche Gruppe Was will sie? Handeln Wir haben nicht wirklich was zu handeln Und die haben nicht wirklich was Was wir wollen Wir können mal schauen Piffmaker Wenn du gerade an denen Vorbeiläufst Haben die irgendwas? Immer noch seltsam Warum die dann über hier sind Wenn sie nur sowas haben Ja Wo wurde der? Ist das? Das ist voll Gut Der Reis Macht auch mit Der muss reingetragen werden Was machst du? Ja okay Den unterdrücken ist auch wichtig Wenn ich noch nicht weiß was es macht wenn wir den nicht unterdrücken Ja Arbeit Du Machst als erstes transportieren Ja Du Du brauchst halt deine Beinchen nicht Haben wir die Beinchen fertig? So Ähm Linkes Bein Haben wir noch ein rechtes Bein? Wir haben noch ein rechtes Bein Und die macht es direkt Nice Die Unterdrückung Geht auch voran Dann Langsam aber sich Nein Ich wollte sagen wir müssen den wieder unterdrücken Nicht dass sie voran geht Sondern sie geht runter Sie ist sie wirklich Sie ist sie Und Ich Ach du hattest wohl Konstruktion Deswegen holen wir dich haben Und Und weil der Kannibale Auch Gut für uns ist Äh Sag dir mal im Nahkampf K.O. Solltest du schaffen Du hast ja eine Späherrüstung an Und Und Der 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 Das Der 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 wenn das alles weggetragen wird und gemacht. Sollte Kochen vielleicht auf 2 setzen und nicht auf 1. Aber solange sie hier was essen. Kochen ist überbauen, also nur bei der. Machen wir das bei dir auf 2, ne komm mach mal 3. Das machen wir raus, ich glaube das ist ok. Was ist denn mit der Maske? Das hatte ich dir das Duplikat an, deswegen ist da eine Maske. Ja, da wird wieder ein bisschen Biofretti rausgeholt. Dann holen wir uns nochmal ein Organ. Lecker, lecker Organe. Was? Okay. Fangen wir, ob die Masken was dabei machen. Hätte ich mal anschauen sollen. Hab die was für... Ja, die Konstruktion kochen. Eher nicht. Du wirst eher zum Organspender. Wir brauchen wieder Leber glaube ich. Ne, wir haben noch Leber. Und linke Niere, linke Lunge. Herz. Dann sind direkt... Dachelschwein. Welche Fraktion hast du an? Zumu-Verteidigung. Krimi-Neandertaler-Stamm. Okay. Oh, wie ist... Nein, stumm aus. Wir haben noch keine Hydro-Kulturen. Ne. So, dann müssen wir erst erforschen. Ah, ja. Wir hatten ja hier Fallen, die gemacht werden müssen. Aber das sieht auch gut aus. Es wächst. Es gedeiht. So, jetzt können wir das hier, das Anpflanzen erlauben. Was ist, äh, was ist das Inhalt? Die könnte doch gekocht werden. Oder? Warum machst du das dann so? Kritisch, das ist schon kritisch. Warum wird das dann trotzdem eher in das Lager reingemacht? Wo es nur wichtig ist. Naaah. Wieso, jag die mal? Äh. Ach, Jäger können die mit einem Stich wegmachen. Du bist nicht zum Jagen durchgeteilt. Uuh. Ja, renn! Welche Operation? Äh, die... Nun kann ich die... Ich nehme halt die rechte Niere. Ah, linke Niere ist angeschnitten, deswegen... Können wir die gerade nicht ernehmen. Die muss erst heilen. Hier liegen auch noch Körperteile rum. Es ist bei den Organen egal, ob links oder rechts innen genommen wird. Wenn man es wieder einsetzen will. Ist das ein bisschen seltsam, oder? Ich glaube, man kann nicht im echten Leben eine rechte Niere nehmen. Links... Okay, bei Lungen... Bei Lungenflügel geht das auf jeden Fall. Bei Nieren bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube auch nicht, ey. Dürfte eigentlich nicht. Wahrscheinlich kann man das irgendwie anbringen, dass es geht. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Leute mit Nierenversagen... Es ist dann egal, welche... Niere sie bekommen. Ob es links oder rechts ist. Weil beide... Beide am Versagen sind. Jetzt wird sie direkt mit uns umessen. Hat sie ihren Dienst für unsere Kolonie getan. Kakao... Lecker Schokolade... Als Mood Buff... Als Mood Buff... Ghoul? Uh... G 또 unos G loot abilities als kingslander... Und atre... At... ...was... Adrenal Herz... Okay... Ein modifiziertes menschliches Herz, das Stresshormone und flüssige Energie in dem Blutkreis freisatzen kann, wodurch der Gun mit unglaublicher Geschwindigkeit laufen und angreifen kann. Auch Geschwindigkeit. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch mehr über die Buffs. Ich glaube, ihr beiden solltet das alleine schaffen. Oh, der kommt da lang. Geh weg von meinen... Du blöde Sau, du. Das stört er einfach meinen Turret an der Wand. So, William, geh dich mal heilen. Jetzt muss hier alles wieder gemacht werden. Ja, weil die Tür da nicht ist. Hat sich wahrscheinlich immer mal durchgeschlagen, nicht? So, dann machen wir hier halt Strukturen. Tür aus Stahl hin. Bauen wir diese Tür aus Stahl. Danke. Harry, du kannst gehen. Neue Splitter. Mit dem Splitter können wir einen neuen Ghoul machen. Haben wir keine zweite Beinprothese? Die wird gemacht. Ist das deine, die du da machen willst? Glaub. Mach die mal fertig. Ja. Mutterscharf ist... Okay, das war ein Düt. Aufgabe erledigt. Und Operation läuft. Nice. Wer? Caesar, was ist mit dir? Ach, wegen der Religion. Ja, muss ich dich mal einsperren, ne? So, baum. Wenn wir Caesar zwei bauen machen. Und den schmieden gehen. Wo waren wir? Kurzer Cut. Aber jetzt schon gescheitert. Okay. Caesar... Äh, was ist mit dir? Oh, ah, ist Münchenfleisch. Ah, Miss Putput. Wir müssen uns mal dransetzen, den zu bekehren. Wer ist Caesar? Ja. Wie hoch ist deine Religion? 100%. Äh, was ist denn? Warten wir, bis das hier fertig ist. Oh, Händler mit exotischen Gütern. Das heißt, neue Bauteile. Auch wenn ich nicht so viel habe, was ich verkaufen kann. Dann... Oh, Töja. Oh, Töja. Jetzt verkaufe ich mal das Trumbo Ding. Und akzeptiere das. Grape Maker, wenn du schon mal hier bist. Sag das mal weg. Und priorisiere mal, diesen ganzen Reis reinzumachen. Ich brauche dich wirklich arbeitsbereit, Mädel. Ah, die ist noch für zwei... Tage sediert. Müssen dir auch noch einen Arm machen. Armprothese. Ach, man hat mir eine Armprothese. Danke. Was, Caesar ist kurz vor einem Zusammenbruch. Muss ich den doch irgendwie be... Bekehren, Wolfmaker. Hier sind deine Rücken. Zum Glück hat er sich entschieden, Nahkampf zu gehen. Und nicht mit seiner Shotgun. Fang den mal ein. Wir bekehren den jetzt. Hier wird jetzt einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Macht die Prothese. Einer von uns. Uh. Leif. Nein, behandel den mal. Und sie läuft. Auch wenn sie ein bisschen schungelig ist. Was ist hier? Reinigen und Transport. Gut. Dann muss ich dir mal zusehen, ob es jetzt wirklich... für uns sauberer wird. Noch sehe ich nicht wirklich was davon. Gefängnis. Bekehren. Danke. Wiffmaker. Trag mir mal diesen ganzen Reister rein. Kann ich den irgendwie selektieren? Und dann... Nein. Warum geht das mir nicht? Warum kann ich ja nicht sagen, trag das alles weg? So, alles selektiert. Jetzt selektiere ich die und es ist weg. Wenn ich die mit Shift selektiere, geht das nicht. Hm. Keine Ahnung. Stört mich. Du siehst, hast dieselbe Farbe wie Gefangene. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Und es wird sauberer. Aber ich glaube, wir machen Reinigen auf 2 und Transport auf 1. Wir brauchen gerade mehr Leute, die transportieren als Reinigen. Ist also... Unser Essen ist mir gerade wichtiger als unsere Hygiene. Wenn wir hier so schön Reis bekommen. Und hier, dieser Stoff sollte auch mal reingetragen werden. Denn das hier muss alles mal reingetragen werden. Noch sehr viel zu tragen. Sehr, sehr viel zu tragen. Ah, Biofretti. Neues Biofretti. Und was machst du jetzt? Dann isst du was und dann legt er sich wahrscheinlich wieder hin. Nein, du trägst. Yay. Bitte. Da bekommen wir jetzt wieder Händler. Danke, Randy. Bitte, trag das hier mal weg. Okay. Ich brauche diese Bauteile. Indiz-Tour. Hat er jetzt wirklich nur ein bisschen was weg? Warum geben wir dir überhaupt Freizeit? Warum? Sissi, was konntest du? Oh, er hat das ein bisschen was in Konstruktion, gell? Und Kunst. Ah, wir hatten nicht, glaube ich, hauptsächlich wegen der Kunst. Weil wir auch jemanden mal brauchen, der uns Statuen macht. Weil man Statuen auch gut verkaufen kann. Harry. Warum kannst du das nicht jagen? Jetzt jagen. Gute Schüsse, das sollte schon bluten. Nicht auf mein Ding. Danke. Meine armen Solargeneratoren. Auch wenn wir mittlerweile durch die genug Strom machen. Aber trotzdem. Mein armen armen Solargeneratoren. Schniff. Okay, mach hier weiter. Jetzt möchte ich dir nochmal zusehen. Hast du was getragen und direkt wieder zum Ausruhen. Glaube geht runter. Langsam. Von 100 auf 99. Das könnte etwas dauern. Das könnte ein bisschen dauern. Bis dahin können wir hier wieder Skala kopieren. Aber Sissy ist, glaube ich, geht etwas schneller runter. Das ist mir ja... Das gefällt mir ja. Wie ist eine Hose? Ach, hier draußen ist eine Hose. Nee. Gefällt dir Zeug? Nee. Du bist da eine Hose zerfallen. Wir verbrennen das doch mittlerweile alles. Wollt ihr nicht... Wollt ihr nichts verbrennen sollen? Gut. Was machst du? Ich sehe Leute Sachen tragen. Das gefällt mir hier schon. Und da muss ich natürlich auch deine Unterdrückung... Mehrere Jahre. Okay. Vielleicht müssen wir uns noch einen Träger holen. Den ich dann einfach bekehre und... ...dobotomiere. Sollte funktionieren. Hey. Jetzt kommt hier der Boden. 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 Der kommt da einfach hin. Bewandtschaft. Freu... Was freuen denn Schwierigkeiten? Zwei Mechtcluster. Nein. No thank you? Wieso ist der Freund? Ja. Wir könnten Jerry annehmen. Nee. Nee. Ehre und so weiter brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wollten wir jetzt schauen... Wie das hoch geht. Ah ja. Der Boden wird hier gerade erst entfernt und nicht drauf gesetzt. Okay. So. Jetzt kommt das. Let me see you. Okay. Jetzt wurde es nur dahin geklappst und nichts gemacht. Was machst du? Das hat jetzt keine Verstärkung gemacht. Ich dachte, das verstärkt das Eindämmen. Ich bin verwirrt bei dem Zeug. Mutterschaf hat die Jungen zur Welt gebracht. Das ist doch schön. Leben in der Kolonie. Es wurde auch noch kein neues Heu dahingetragen, oder? Das ist immer noch relativ alt. Ich sehe da jetzt gerade keine wirkliche Verstärkung. Da steht doch dabei, dass sie verstärken. Und erhöht die Eindämmungsstärke von Halteplattformen in der Nähe. Wurde das jetzt schon verstärkt? Reicht eine einzige, um die Verstärkung etwas zu erhöhen? Ich würde gerne sehen, was alles auf die Eindämmung stärkt. Ah, da. Fußboden. Durchschnittliche Tür. Durchschnittliche Wand. Was heißt durchschnittlich? Die mache ich mehr als durchschnittlich. Licht. Kann ich einfach Licht eingeben? Nein. Hier mit Sonnenlampen rein, oder was? Was meinen die? Vielleicht, ähm, schaue ich mal hier in die Forschung rein. Gibt es neue Lampen? Strahlwerfer? Also? Äh, glaube ich, Schei tippt das schon falsch. Ah. Diese Rätschab-Schwäche. Schiebe ich da drauf. Ja, das ist wahr. Molochserum. Was brauchst du? Okay, ich habe gerade gedacht, wenn Ghoul-Wiederweckung einen Chart benötigt, dann würde sich das ja gar nicht lohnen. Aber es braucht es nicht. Bio-Bio-Fretty-Waffen, Zeug, was ich noch nicht habe. Anlocken, anlocken. Komplexe Rituale. Splitter-Break. Der Splitter-Bio-Fretty-Fokussiert, Dunked-Metall-Schummel. Verbessert-Qualität. Ja, sonst ist es egal. Aber ich glaube, ich möchte hier gerne noch eine Sicherheitstür reinmachen. Das kann ich da auch schon mal langziehen. Könnte... Nee. Ich hatte schon wieder Händler. Wie viele Händler kommen denn gerade? Ist gerade eine Händler... Händlergemeinschaft in der Nähe. Sind wir näher an... Keine Ahnung... einer Raumstation, dass es jetzt auf einmal so viel gemacht wird? Ich kann nur noch Organe verkaufen. Ich habe nichts, was sonst was wert ist. Ja, sonst hätte ich scharfer. Die sind auch nicht viel wert. William, trag die mal weg. Okay. Das heißt, wir müssen auch mal irgendwas anfangen, Geld bringen, das zu erforschen, zu machen. Was wäre denn das Beste? Wir können wieder der Yayo spammen. Aber das ist ja langweilig und vor allem braucht man dafür. Da braucht man Leute, die das die ganze Zeit machen. Pflanzen. Dafür bräuchten wir wieder Mecheneide. Nein, nein, du kommst jetzt nicht zu uns, um unser Futter zu fressen. Wieder. Wir hatten auch keine Wilden bisher, oder? Kommen die bei dieser Karte nicht? Wir hatten. Nein, ich möchte, dass du hier jagst. So, jagen. Wee, jagen. Den kann ich irgendwie nicht jagen. Kann ich dich jagen? Jetzt kann ich dich jagen, auch wenn du, glaube ich, nicht mehr lange rumlaufen bist. Wenn Leguane voll cool sind. Glaube ich nicht, dass wir die wirklich haben wollen. Harry, wie sieht es eigentlich mit deinen Tieren mittlerweile aus? Immer noch zwei. Oh. Der Fortschritt geht schnell runter. Wir haben nichts wirklich, wo du deine Tiere die ganze Zeit dran trainieren könntest. Irgendwahrscheinlich auch da dran. Naja. Deswegen wird wahrscheinlich Williams sozial auch nie hoch genug sein. Weiß wir mal mehr fallen wird. Je höher das ist, desto schneller fällt es ja auch, glaube ich. Was ist dieser? Jubel 96. Ja. Müssten wahrscheinlich hier wirklich mit Ritualen mehr arbeiten. Und natürlich mit mehr blöcken, aber die wollen der gerade auch nicht machen. Bist du eigentlich schneller? Nee. Ist etwas langsamer, weil es arbeiten machst ja nicht. Du bist ja eher am rumrennen. Vielleicht wenn wir hier in drei Tagen wieder jemanden entführen, holen wir uns noch einen Träger. Da haben wir drei Träger. Es sollte doch einmal ausreichen. Natürlich möchte ich eigentlich mehr Skalas. Only Skala, only Skala. Wir machen nur sie. Ah! Eindämmung ist etwas hochgegangen. Okay, dann funktioniert es wirklich mit der Biofretti. Gedöhnt. Nein. dann kann ich nicht auf den so einfangen ihr behandelt hier bitte mal hier schon behandelt. Okay. Das ist Mechtcluster. Schwören des Goldes. Unsichtbarkeit des Wiedergängers. Aha. Fertigkeitsteine Handwerk. Das ist natürlich etwas interessant. Aber nicht genug um uns solchen Gegner auszusetzen. Nicht wenn wir das müssen. Nicht wenn wir das nicht müssen. Kann ich die Fallen noch aus irgendwas anderes machen? Ich könnte auch das Biofretti machen. Ist auch regenerativ. Ah. ist es vielleicht hochgegangen weil wir hier eine zweite gemacht haben. Ist das möglich? Könnte möglich sein. Was trägst du Biofretti? ja. Das hier wird langsam nur gemacht. Gefühlt möchte ich eigentlich hier mit Sandstein produzieren. Können wir bauen. Ohne Motz ist das wirklich alles etwas schwieriger. zwei Tage. Das braucht glaube ich nur sechs. Das braucht zehn Tage. wie viele brauchst du? 30? Weiß ich nicht. Uh. Der ist schon leicht angeschlagen. Wodurch denn das? Okay. Da sind ein paar Kämpfe drum entstanden. Apropos Kämpfe. Ich mache jetzt was anderes. Ich glaube ich gehe jetzt ein bisschen Super verteidigen. Das heißt ich bin dir heute gefolgt. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. hat was beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao Ciao.